Heute präsentiere ich euch die PTZ-Kamera. Die PTZ-Kamera hat ihren Namen aus dem Englischen, nämlich Pan, Tilt and Zoom. Die PTZ-Kamera kann schwenken, neigen und zoomen. Durch diese Bauweise kann die PTZ-Kamera Objekte optimal verfolgen. Die PTZ-Kamera gibt es in zwei Bauformen. Einmal als klassische PTZ-Kamera und einmal als PTZ-Dome-Kamera. Die Bauweise der PTZ-Dome-Kamera hat den Vorteil, dass die Kamera unter einer bruchsicheren Kuppel geschützt ist. Die PTZ-Kameras können sowohl Indoor als auch im Outdoor-Bereich angewendet werden. Die Modelle für den Outdoor-Bereich sind nach IP65 und höher zertifiziert, sodass sie gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt sind. Besonders die PTZ-Dome-Kameras sind nach dem IK-Stoßfestigkeitsgrad IK10 widerstandsfähig gegen Vandalismus und Sabotage. Die Schwenkfunktion der PTZ-Kamera schwenkt sie bis zu 360 Grad. Gleichzeitig kann sie durch ihre Neige- und Zoom-Funktion Objekte im Fokus halten. Gute Netzwerkkameras haben für die Aktivierung der Aufnahme eine Bewegungserkennung und können mithilfe der Smart-Tracking-Funktion Objekte auch wieder tracken, wenn sie aus dem Bild herausgegangen sind und wieder hereinkommen. So wird jedes Objekt in dem zu überwachenden Bereich erfolgreich getrackt und aufgenommen. Im besten Fall montieren sie eine PTZ-Kamera an der Decke, sodass die 360-Grad-Funktion optimal genutzt wird. Eine Montage an der Wand ist ebenfalls möglich. Einige hochwertige Modelle verfügen über einen 36-fachen optischen Zoom. Mit diesem optischen Zoom können sie auch auf große Entfernung Details ohne Qualitätsverlust wiedergeben. Modelle ohne optischen Zoom verfügen über digitalen Zoom. Der digitale Zoom vergrößert das Bild anhand der errechneten Bildpunkte. Das kann allerdings zu Qualitätseinbußen führen. Viele Modelle beziehen den Strom über das Netzwerkkabel, sodass kein weiteres Netzteil benötigt wird. Bei uns im Sortiment gibt es verschiedene PTZ-Kameras, sodass sie auch für ihre Bedürfnisse die perfekte Kamera finden. Das zeigt, dass die 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 den die 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 Untertitelung des ZDF, 2020